Hallo zusammen, ich bin Lea Mändli. Ich arbeite hier im Landiladen in Maartalen und möchte euch jetzt zeigen, was meine Tätigkeiten während meiner drei Lehrjahre waren. Besonderlich ist unsere Branche Pulli Natura, was das Arbeiten auch einzigartig macht. Eine meiner Hauptaufgaben ist der Kundenkontakt. Hier bin ich zum Beispiel gerade an einem Serviceauftrag von einer Reparatur. Dazu gehört auch das Beraten über unsere verschiedenen Produkte. Für vertiefte Produktekenntnisse besuchen wir pro Lehrjahr etwa zwei Kurs in Sursee. Das Arbeiten ist sehr abwechslungsreich und vielseitig. Im Laden arbeiten wir dann auch gerade in dem Bereich, wo wir geschult werden, um unser Gelernter anzuwenden. Der Kundenkontakt ist auch das, was mir besonders gefällt an meinem Job. Es macht mich auch immer wieder eine Freude, wenn ich sehe, dass die Kunden zufrieden hinauslaufen können. Wiedersehen, danke vielmals. So, das wäre es jetzt gewesen. Ich hoffe natürlich, dass wir dich neugierig gemacht haben. Und wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch gerade noch heute bei uns im Landeinladen. Bis zum nächsten Mal.